Möchten Sie jungsche Psychologie studieren oder jungscher Psychoanalytiker werden? Das Internationale Seminar für Analytische Psychologie in Zürich, kurz ISAB Zürich genannt, ist international für sein einzigartiges Studienangebot bekannt. Hier hören Sie, was die Studierenden bei ISAB Zürich dazu sagen. Was ich an ISAB Zürich ist, ist die verschiedenen Multiculturalen Gespräche, die wir hier treffen können. Ich bin aus Kanada, mein Hintergrund ist in Musik, als Singer und Voice-Teacher. Ich bin von ISAB Zürich, denn es ist eine einzige Schule, die ich weiß, die voll-zeitige Training in Jungian Psychologie gibt, und es gibt Menschen aus anderen Bereichen der Medikationen. Ich komme aus Athens, Greece und habe ein Background in International Relations. Ich komme zu ISAB, weil ich denke, dass dieses Programm eine unige Möglichkeit gibt, um sich in einer Gemeinschaft zu bemerzen, in einer Gemeinschaft, die mit der Beziehung der Sprache und Heilung verletzt wird. Ich bin am ISAB, weil in der jungschen Psychologie auch die Religion einen Platz hat. Die impressionante Sache für die Training hier ist, dass ich mich selbst mehr kompletter und nicht mehr perfekt verletzen werde. Beispiele ist in der Lage. Beispiele ist in der Lage. Beispiele ist in der Lage, dass wir in der Lage müssen die Musik,